Tja, willkommen zurück zur Ormondside. Bevor ich mit dem Emperor rede, interessiert es mich wirklich, was Rettica dazu sagt, wenn ich hier die Ormondside gebe. Beide. Smash. Also, um, werden wir darüber sprechen, oder haben Sie bereits gemacht? Ihr wisst, um es klar zu sein, ich glaube nicht, hey, schau mal diese mystische Geschichte. Es gibt nur eine Beobachtung in den Pagarien. Es geht nicht. Ich weiß, was Sie wollen. Die Macht der Beobachtung, die Sie mit mir gefangen haben. Sie wollen wissen, warum ich sie tönt? Würdest du glauben, dass ich sie tönt, um ein Disaster zu retten? Um die Welt zu retten? Ja. Ich weiß nicht. Ich würde mich nicht glauben. Ich muss mich selbst in Ihren Beobachtung, sehen Sie mit Ihren Augen. Was würde ich brauchen, wenn ich Sie? Ah! Wie würde ich Ihnen zeigen, Obwohl es nicht so, wie das, wie das, wie das, für mich? Sehr gut. Ihr könnt ihr sehen, dass, zwischen meinen vielen Talenten, ich habe ein Knack für die Erdbeutung. Was? Was hast du die Erdbeutung, Radica? Du kannst fragen. Ich bin glücklich, dass du gefragt hast. Um, was auch du bist. Ich habe nur... Uh oh. Du hörst das? Das neue Transfer zu der Torturum gibt mir die Creeps. Ich versuche, der Smoky-Head, er hat etwas zu planen. Oh! Hallo! Wir waren einfach weg. Wir waren einfach weg. Ich war gar nicht. Du wärst sogar gar nicht. Du bist gar nicht. Du musst nicht. Wir armen uns nicht. Ja, du bist! Ich benötte mich! Ich bin raus. Ich bin nicht verloren! Die Krieg hat mich von investigieren weiter, aber ich weiß, wo sie getroffen sind und die Beweise ist da. In dem Pudding, würdest du sagen. Ich mag Pudding. Also, wir haben nie das ganze, was bin ich für dich? Oder sogar gefragt. Also, was bin ich für dich? Ich glaube Tool trifft zum Besten. Das ist eine interessante Art. Ich konnte das leichter ändern, aber ich habe eine Veranstaltung. Jahre vorhin. Und glaub mir, nicht zu sprechen, ist wirklich schwer für mich. So, dann erinnert mich dran, dass ich noch die ganzen Texte lesen wollte vom Lore. Autsch. 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 Hohoho. Ich sehe die Scheiß-Ausrufezeichen über dem Kopf. Nicht, weil er so groß ist. Nichts. 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 Autsch. Entschuldigung. Ja. Ich weiß, du willst eine große Sache zu machen. Ich glaube, überall unsere Leben ist für die Bode. Also, dass ich das nicht. Also, das nichts... Ich habe deine Brücke. Ich habe deine Brücke. We have to help the others build the barricade! We're not done here yet! Yeah, but the trust thing, you know, I can own these things. I'm glad you can still have fun, even on the eve of the apocalypse. And there's loot! And HP and stuff! Special welcome for the Empire tonight. And since I'm working hard to earn your trust, it'd be a waste if you blew yourself up. And there's a point. That's one of them! Hey, you! Is the path to the amber tree clear? The amber tree? Why do you care about that? Oh, you know, I may have accidentally followed you. Mysterious gatherings in the night make my whiskers shiver with excitement. Unless I... misunderstood? I mean, who would plan a secret meeting in such a conspicuous place, right? Besides, if you all were working on a secret plan, you would tell me about it. Me being your boss and all? I told the others that you need too much. Okay. Okay. Plot toast again, I guess. Harbinger is the species, my friend. That means you've engoofed. Okay. I'll get out of my attack animation again. That's pretty cool. Oh, he also throws the blue one. I thought it was just my friend. What? What the hell? What the hell? What the hell? Did you see the killjoys, which Vera had been tangled up with? What? I don't understand why Vera would be here, honestly. Why is it not clear why Vera would be there. Why do you think it's not clear why Vera would be there, honestly? I'm not cutting that door. Pussy. Oh. Interesting. Wait a second. Let me get you first. Seriously? Are there any Rodentians who are not involved in this conspiracy? Oh. Das sieht nicht gut aus. Wenn ich ehrlich bin. Sieht ziemlich voidi aus. Das sieht nicht gut aus. Ich will nicht nur die Tür mit jemandem. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Ich fühle mich. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. So, da ist es! Und... Da sind sie! Wie kommen wir in? Da muss noch ein anderes Weg, um den Garten zu lösen. Sprech! Du hast keine Hand in der Gelegenheit dieser Welt. Only two people could have gotten to escape. One is dead, and the other soon will be. Wait a second. Adopted sister. It matters not. You are too late. You cannot stop what comes. Two people. The other one must be someone Vera trusted. It'd take a half-wit to see it, and I better have... The half-wit is exactly what we are looking for. Where's the bear? If I'm right, I usually am. Then I know who can track him down. And that one with you. Ha! Interesting. Oh. So, you know who this is? I'm just surprised to see you here. I know the fighting's not over yet. Something urgent came up. Look, I know you keep tabs on everyone. Where is Ludomir? Ludomir? We need something from him. Hmm. Too sad. Unless you can travel back in time, you're out of luck. He's now a pile of steaming ash. Hendrick's work, of course. That's inconvenient. Uh, fuel bar? Yes. Why do you keep looking at the clock? Oh. I'm waiting for someone. Hmm. Hmm. Okay, fuel bar. Okay. Es wird mich jetzt interessieren, wie der mit drin hängt. Und er ist auch mehr als ein Bartender. Ganz offensichtlich. Das Game Stories the Path of Destiny takes place in the same universe. Das ist auch eine Zeit. Und ich noch so. Jo, falls ihr es noch nicht wusstet. Das ist voll wie Stories. Alter Schwede. Hey, du bist ja immer noch hier. Cool. Ähm. Da links gibt's die Playlist. Zu der das hier gehört. Oder ein anderes tolles Video. Da rechts. Kannst du abonnieren. Und wenn du mir noch einen auf die Glocke gibst, ist 1A. Da unten. Daumen rauf, Daumen runter. Kommentar hinterlassen. Da freue ich mich auch immer drüber. Und ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.